Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Blendi Idrissi hat ja aktuell einen Stammplatz im umkämpften Schalker Mittelfeld erobert. Trainer Demetrius Gramotis hat ihn ja vor gerade mal neun Monaten entdeckt. Ein Mann großer Worte ist Blendi Idrissi nicht. Ich versuche das Vertrauen zurückzugeben, sagt der 23-Jährige über seine aktuelle sportliche Situation beim zweitigesten Schalke 04. Dabei gibt es eigentlich doch so viel mehr zu erzählen über den Mittelfeldackerer. Trainer Demetrius Gramotis übernimmt das gern und auch das nicht ganz ohne Stolz. Als ihn in der vergangenen Saison der Abstieg bereits feststand und sich immer mehr Spieler verletzt abmeldeten, schaut sich Herr Gramotis in der Knappenspiele um und dort fiel ihm vor allem einer auf. Zum damaligen Zeitpunkt haben nicht viele damit gerechnet, dass ich Blendi in die Profiabteilung hochziehe. Als ich aber die U23 beobachtet habe, fiel er mir auf, weil er Sachen gemacht hat, die in der Regionalliga außergewöhnlich waren. Deshalb habe ich gesagt, wir holen ihn hoch, damit ich ihn mir mal anschauen kann. Stilte Gramotis am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Jan Regensburg am Samstag. Er gab Idrissi in den drei verbleibenden Saisonspielen im Mai gegen Hertha und Eintracht Frankfurt, so wie im 1. FC Köln sogar einen Platz in der Startformation. Gegen Frankfurt erzielte Idrissi sogar ein Tor. Aus Blendi, dem Mitläufer in der Regionalliga, dessen Vertrag ausläuft, war plötzlich Idrissi Bundesliga und später sogar Nationalspieler geworden. Denn aus seinem Erstligadebüt folgte dann auch eine Einladung für die Auswahl des Kosovo. Als er kam, habe ich gesehen, dass er Sachen verbessern muss. Er war zum Beispiel zu verspielt, hat er das schöne Spiel bevorzugt, sagte Gramotis. Als es dann um die Kaderzusammenstellung für die 2. Liga ging, war Idrissi bei Gramotis trotzdem ganz klar gesetzt. Er hielt einen bis Juni 2023 gültigen Profi-Vertrag. Die letzten Wochen haben sich phasenweise angefühlt wie ein Traum, sagt Idrissi kurz nach der Unterschrift. Und noch ist der Traum ja auch lange nicht beendet. Gramotis bezeichnet Idrissi als harten Arbeiter. Ihn musst du im Training nie anschieben. Er im Gegenteil, ihn manchmal bremsen. Er ist viel zielstrebiger geworden, versucht inzwischen immer nur alles gut aussehen zu lassen, sondern eben auch effektiv zu sein, erklärt der Trainer. Und Idrissi hat zu seiner Lieblingsposition, der 8 im Mittelfeld, sogar einen Stammplatz erobert. Nachdem er in der Anfangsphase der Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, spielt er zuletzt viermal in Folge von Anfang an. Und drei dieser vier Partien gehören zu den besten der aktuellen Saison. In den Spielen gegen Nürnberg, beim HSV und Erzgebirge Aue setzt Idrissi nicht nur spielerische, sondern auch kämpferische Akzente. Er hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, dass es bei uns jetzt in die richtige Richtung geht. Momentan gibt er uns sehr viele Impulse, sagt der Trainer. Idrissi verdrängt er zuletzt sogar renommierte Spieler wie Kapitän Latza oder auch Dominik Drexler auf die Bank. Der Konkurrenzkampf ist groß, auch Dong Jong-Li möchte ihn nun verdrängen. Idrissi nimmt das aber locker. Über diesen Konkurrenzkampf denke ich nicht großartig nach. Jeder gibt sein Bestes, wir alle geben Gas, sagt er. Und er ist eben kein Mann der großen Worte, sondern eher des stetigen Verbesserns. Und ich bin echt gespannt, wie es bei Bendy Idrissi weitergehen wird. Eure Meinung zu einem Mittelfeldspieler? Geh mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anna Le Schalker.